So, nehmt doch hier nochmal ne Granatenkiste und ne Rüstungskiste mit, irgendeiner. Wo? Ja, ist schon zu spät, die liegen immer hier vorne. Oh nein. Ok, wir gehen zu Fuß, Jungs. Kannst du beide machen. Seit wann ist James Bond weiblich? Das passt ja auch nicht, ja. Wir haben geheiratet. So, warte mal eben. Was? Negativ, Kommandant. Keine Vorkommnisse. Alles ist ruhig. Hey. Oh. Ich wollt grad sagen, James Bond ist plötzlich ein Typ geworden, oder? Noch ein Schwatter-Guy. Hat funktioniert. Wie er sich freute. Ähm. Oh oh. Okay, hier von mir zu Fuß. Warte mal M. Soll ich weitere Einheiten in die Stadt schicken? Da hinten steht noch einer. Also, ich bin halt der Meinung, es bringt nichts, hier langsam vorzugehen. Ne, weil irgendeiner schon ohne Schalter war geschossen hat. So, kommt jetzt rein hier, Mann. Wir gehen jetzt zu Fuß. Oh, ihr seid doch doof. Jetzt komm rein. Ja, ich lauf hier zu Fuß. Ja, weil ich nicht weiß, was bei euch hier los ist. Ja, weil ich nicht weiß, was bei euch hier los ist. Du hast gesagt, ich soll dir folgen. Ja, Nils. Ich will wissen, was deaktivieren kann. Tatsächlich. Aua, ich bin verletzt. Nein, bin ich nicht gut. Magazin wechseln. Dann wollen wir dich mal zusammen klicken. Oh, scheiße. Danke. Ähm. Nein, bin ich nicht gut. Oh Gott, hab ich mir eben erschrocken, ey. Meine Fresse. Hinter uns. Jo. So, Leute, hier ist Munition. Wo ist Munition? Aua, 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 aua. Oh, meine Güte noch mal. Kommt ihr noch mit rein? Ja, kommt ihr. Gut, alles klar. Ja, ich verstehe aber nicht, warum wir irgendwie tausend Kilometer von der Scheiße entfernt parken. Damit wir endlich mal weiterlaufen. Ach so. Einfach weiterlaufen. Und auf dem Weg alles erschießen. Jetzt scheiß Helikopter. Warte. Meine EMP-Drohne macht das. Das war scheiße. Boah. Meine Fresse. Weiter. Nils, weiter. Ja, hinter uns ist noch einer. Ja, mach ihn kaputt. Ja, bin ich mir schon bei. Du hattest gesagt, irgendwo ist Munition? Hast du hier schon wieder? Ja, warte, warte. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du da oben? Alles gleich kommt. Weiter, wie du gesagt hast. Ja, ich weiß. Rechts ist gerade der Juggernaut reingelaufen zur Info. Hier vorne ist Munition. Okay. Juggernaut kommt. Nein, weg, 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 weg. Wie kommt das? Keine Ahnung. Hab die jetzt beide down. Macht mich fertig, ey. Weck, 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 weg, 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 weg. Leck mich, ich zieh das durch! Er ist down. Achso, ich hab grade nen Clusterschlag bekommen, aber... Ja, ne, wir sammeln ein. habe ich ja schon beide gleich zur kaserne hin der kaserne ist hier kommt zu mir in der kiste kleinen moment warten das wird nicht wo soll ich jetzt hin nach unten oder was ja zu uns hier unten hier zu uns wir müssen chris decken und ich meinte das nicht auf eine sexuelle was auch schade im hier was war das hier kommt ein angriff schrauber startet schrauber ist immer bei mir in alle bei dir 2 3 2 5 schade 2 3 5 was ist hier in der kaserne kommt mit 23 25 charlie mitkommen ok ich zieh durch ich zieh durch ich zieh durch und sagt er laut kommt irgendwo ach so moment feindlicher weiß ich nicht so ein habe ich nein ich bin meine güte ähm Alex wo wolltest du hier hin da musst du die kisten markieren man muss sie jetzt suchen ja aber die sind unten beim lagerhaus nein 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 sie sind an drei standorten sind an drei standen und sind drei einer ist hier oben ach so alles klar so zwei habe ich zwei habe ich hier ja so ich habe drei dann weiter zum nächsten ziel alle da ich noch nicht weiß nicht wo ihr seid da hinten okay oder erst da oben lager ne ne wir sind wir ist egal willst du Alex sonst auch du und nicht weg von dem scheiße ich bin da ja nach oben wird einfach einfach mit oben ins haus du musst abwehren ich habe gerade ich nehme mir jetzt einen fernlenkörper oha da ist ganz schön was um uns rum los ich schalte den Heli mal aus 3 4 4 6 D äh hinter euch ist Westen Schutzwesten 1 2 3 4 4 6 D ab 3 weiter wenn es geht alle zum lagerhaus ja wir sind gerade mal eben hier beim Dinks einsammeln beim Kills beim Kills farmen keine ne doch gut ich glaube zum lagerhaus fahrt folgt ihr ja wir sind da ja ja gut ich mache mich sofort ran hast du nicht noch an den sind wo das hier war alex ungefähr das sind immer eine war also von den daten her war es glaube ich 6 7 7 1 g ja alle drei ich bedauern wir haben da rückseite ja 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 Toll. Keine Möse mehr. Fuck. Unbedingt ne andere Waffe. Warte. Komm. Hier. Und jetzt auf die Kiste. Danke. Ah, ich bin getroffen. Feindliche Börse. Sehr klar. Danke. So, fuck. Hangar Tor öffnen. Hangar Tor öffnen. Hangar Tor öffnen. Hangar Tor öffnen. Oh, ich bin schon wieder getroffen. Oh, fuck. Verpisst du euch, ey. Jo, danke. Müssen hier raus, ey. Hier. Ich öffne das Hangar Tor. Oh, ja. Oh, ja, mein Schätzchen. Dürfen wir Panzer fahren. Ja, nicht ganz, aber. Ich komme nicht so ganz zu euch, muss ich zugeben. Kommt hier rein. Was muss ich machen? Markieren Sie die ballistische... So, ich habe einen Panzer. Fickt euch. Ich habe einen Panzer. Ja, ich bin... Gut, ich auch. Hans, komm zu uns. Ja, ich bin drin. Alex? Tschüss! Auf alles, was sich bewegt. Nee, auf die Infanterie, bitte. Wo müssen wir denn? Da hinten. Gut. Ihr kommt, alles klar. Wir erreichen die LZ zur Extraktion. Ich muss nachladen. Scheiße. Fuck, wo müssen wir hin? Fuck! So ein Extraktionspunkt da hinten. Ja, warum fahre ich hier mit Christoph mit? Ja, da wische ich. Irgendwie. Ist ja egal, komm her, jetzt. Ja, Entschuldigung. Wo ist der Schock? Ja, Entschuldigung. Wo ist der Schock? Und wenn du das Tor nimmst? Ich glaube, wir müssen jetzt auf unseren Hubschrauber warten, ne? Ja. Der ist über uns. Mhm. Dann müssen wir gleich raus. Okay, alles klar. Der Einer hängt fest. Ich komm, fuck, ich komm hier nicht raus. Na, ernsthaft? Nein, komm schon, bitte. Ich hab dich. Du kommst da nicht raus? Kannst du dich jetzt nicht bücken? Und du packst da echt drin fest, jetzt? Nein. Doch, tust du. Scheiße. Muss man in den Hubschrauber einsteigen? Ja, du bist... Nee, hab ich nicht. Ja, egal. Denn... Ja, was? Fertifaya ist aus. Ich kann dich töten, ja. Scheiße, nicht dein Ernst jetzt. Heute, hier ist die Granatenkiste. Aber ich komm leider nicht mehr raus. Ey, verlasse das Spiel, Christoph. Vielleicht können wir drei dann trotzdem. Und respawne. Dank, danke. Verlasse das Spiel und respawne einfach. Eben. Oh, ja gut. Ich hab schon trotzdem geschafft. Ah. Oh. Danke, und jetzt hätte ich fast verlassen, du Arsch. Alter, ey. Ey, wir haben die Mission geschafft. Heute war auch für mich, heute. Das können wir nochmal so machen. Das war doch gut. 5 Sekunden. 4. Ja, ist gut. Boah, Alter. Das war eine Millisekunde. Arm 4, alle Deporten markiert. Schlecht. Jetzt fust du ein Besen. Also ich würde, ich würde, die... Oh Gott. Wir erstmal zu einem Serverraum müssen. Um da dann halt... Um da halt Volldampf und so Sachen rauszusuchen. Wo wollen wir das jetzt hin? Zum Serverraum wäre ganz gut. Bitte. Er braucht noch lange. Der Lerik wird schon umgeduldet. Der kommt dir schon entgegen. Ich bin einfach mal der Erste, der das macht. Seht nochmal nach. Kamarow und dieses Miststück aus dem Festen... ...und wir uns schicken. Merkt euch meine Worte. Boop, 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 boop. Was tut ihr da? Wir wechseln die Sündsplätze. Hallo. So. Soll ich weiter eine Einheit für die Stadt schicken? Alex. Ja, mein Gott. Ja, das tut's. Ich kann mir nur so ungeduldig sein. Wieso? So. Wir könnten auch langsam da rein sonst. Ja, ja, ich fahr ja langsam. Können wir nicht. Ich leise meine ich. Man hätte auch leise vorstoßen können. ieri Losler. Schmeidungsfreundetage.